Ich glaube, der hat an. Nein, nein. Oh, da oben, da oben, du kannst dich ficken. Ey Marvin, mach doch nicht immer nur Cheater-Videos, Mann. Geil ist wirklich, dass jeder unter meinen YouTube-Kommentaren schreibt, unter meinen Cheater-Videos. Jünger, wieso postest du nur noch Cheater-Videos? Lach doch einfach mal normale Runden hoch. Das geht mir langsam echt auf den Sack. Weißt du, mir geht das nicht auf den Sack. Ja, true. Oh, das wäre eigentlich das Zeichwort gewesen. Nein, er kann schießen, wenn er den Ding ist. Äh? Also, Nomad hilft der Zitter-Videos. Oh, jetzt muss ich einfach nur mitspielen. So lang, Alter. Oh, der hat mir sowieso gewonnen. Oh! Alter, was hat er für einen Pimmel rausgeholt? Das ist immer grad ziemlich, da kann man einfach aus dem Ball raus. Das ist aus wie ein Mittelfinger, irgendwie. In Defense können wir vielleicht echt mit Frost und so arbeiten. Müssen wir auf jeden Fall wieder. Rob, probieren wir eigentlich gegen den Rage-Hacker zu gewinnen. Ach, was soll das? Was willst du sonst in diesem Game machen? Willst du es normal spielen? Es ist zumindest mal witzig zu versuchen, die Leute zu killen. Wo bin ich denn? Achso. Aber das ist halt unlustig, wenn die Leute einfach die Steinwände schicken. Wo spawnen wir? Was ist am besten? Der Helipand ist richtig scheiße, oder? Weil das so offen ist. Ja. Wo sollen wir hin? Lüftungseinheiten, ganz nach unten. Echt? Ja. Dann muss er nach unten, ne? Wie kommt der hier runter? Von wo kommt der runter? Ja, ist egal. Das ist irgendwo eine Base-Bound. Geht doch nicht rum. Hallo, was musst du? Ich weiß nicht. Was wollen wir tun bauen? Was wollen wir tun bauen? Was wollen wir tun bauen? Oh mein Gott! Ich hab den Elke gezogen! Lauf! Oh man! Nein! Ich hoffe, der fliegt nicht runter, oder so. Oha! Das ist oben! Johannes, guck jetzt! Warte! Guck jetzt! Guck jetzt! Guck jetzt! Nein! Lauf! Blitz! Lauf! Was machst du denn? Ach man! Geh mal mal vor mich auch! Geh mal vor mich! Nein! Ich kann das nicht! Du musst vor mich gehen! Ich kann nicht schießen sonst! Ne, es sind nur zwei am Schießen! Johannes! Was? Wovon bin ich verreckt? Hä? Echt? Der hat meinen Zehennagel gesehen! Ich werd hier durchgebrochen! Johannes, komm in die Kabine! In die Kabine! Komm in die Kabine! Oh mein Gott! Der holt mich doch vom Schild jetzt aus, oder nicht? Oh nein! Oh nein! Bleib bitte so stehen, Johannes! Bitte! Bewegt dich keinen Zentimeter! Oh, ich bleib'n tot! Er kam einfach durch die Toiletten Schüsse! Schade, war aber close! Ah, wer vergisst das zu reinforce'n! Ja, nach die Steinwand, damit ich reinforce'n! Die haben all die Anti-Cheat oder sowas! Ja, war aber close, das Game! Und die selben nochmal! DJ Guys, they're cheating! Ja, äh, Skyscraper weg, oder? Maybe this is my third game in a row with these fucking losers! Lass mich rein! Geh weg, geh weg, geh weg! Ja, ich... Schwer, ne? I am scared! Ah, er hat mich, schade! Ihr müsst euch mal vorstellen, das macht er mehrere Stunden am Tag! Ach, das ist doch ein neuer Operator, der irgendwo einen Schuss hat, wo man durch die Wände schießen kann! Ach so! Oh, ich glaube, der kommt von dahin! Ja, ich glaube, der kommt von... Äh, er ist durch die Decke geschlossen! Äh, er ist durch die Decke geschlossen! Äh, er ist auf dem die Decke gefallen! Äh, er ist auf dem die Decke gefallen! Das macht doch keinen Spaß! Mendo, Mendo, Mendo! Ich war still damit, denk! Oho! Ich hab ein paar Non-Cheater bei mir! Ich schieß gleich hier hinter uns! Oh, hinter der Cheater! Wir sind Mendo rein! Rass mal, wir schau'n mir mal zu! Warte! Oho! Oho! Sucht euch lieber! Nicht peeken! Warum peekst du sowas? Was? Oh! Oh mein Gott! Ruhe, Ruhe! Einer ist in der Frost! Oh mein Gott! Plant it, plant it! Wir müssen gewinnen! Dass die anderen jetzt auch noch planten und so... Das ist... So widerlich, holy shit! Wieso spawnt er denn da, alter? Genau, deswegen war ich da hinten nicht spawnen! Äh, das ist ab aufs Dach! Du musst rechts rüppeln, nicht da! Hilfe! Hilfe! Die ist ja schneller als doch! Was ist denn mit dem Aurix? Der will auch was vom Kuchen oder so! Der Aurix ist auf! Boah! Aber Klaus, ich hätte ihn fast gehabt! Boah! Schau zu jetzt! Oh, der ist gerade rein! Ach man! Unlucky! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben ihn sogar geholt! Wir können rein jetzt! Das gibt es nicht! Im Wolken... Wenn er wollte, kann er nicht aimlocken oder so! Holy shit! Schloss links! Nein, renn rein mit Blizz! Schloss links einfach! Jawoll! Wir können auch hier hoch! Warum kann er nur die Leiter hoch? Warum haben wir das nicht gemacht? Oder ist da oben keine Sicherheit? Nein! 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 Ich droh nicht! Nein! Das ist perfekt! Der kommt nicht mit der Kamera auf uns! Er konnte mal kurz für mich drohen! Ich bin durch! Apfel! Ich weiß nicht, welche Richtung ich mit zwei identificieren muss! Oh тел videos! Oh! Warte! Ich freu wie Foster, ja sowas! Du musst unbedingt für mich fordronen! Radio Korrekt! Der will uns nicht holen hier oder er denkt sich er spielt einfach safe Ach man, er cheatet schon und hat dann trotzdem Angst vor uns, was ist das? Das ist der langweilste Cheater gegen den ich jemals gezockt habe Der muss mir überlegen, Cheater hat Angst rauszukommen Wir gratulieren alle einmal einen Typen, der rage-cheatet und Angst vor uns hat und KDs saved Digga, wir haben seine KD halbiert, das ist schon mal ein Win Das habe ich wirklich noch nie gesehen Ich habe 34 Loses und ich hatte 23 Cheater-Games Alter, ist ja eigentlich übelst stabil Nur 11 Loses gegen normale Spieler gehabt Heftig Also eigentlich hätte ich dieses Season Easy Champ geschafft, glaube ich dann Selbe? Ja Geil Mavid, mach doch mal keine Cheater-Videos Doch, wir könnten legit gewinnen Ja, ja, wir haben ihn die 3rd Mal in der Reihe Hä, what the fuck? Er verflucht uns einfach Er hat dich verzaubert What the fuck, Alter? Wie ist das eskaliert? Was ist passiert? Was cheatet er? Ja, putamadre Oh, er ist schon drin Ach, die Sophia ist das Oh mein Gott Oh mein Gott Michael Bay Film Oh mein Gott, hat er uns auseinander genommen Der sieht die Traps Der sieht die Traps Der hat auch auf meine Cup ganz... Der vermeint Er ist schon zu spät, der Typ Ja Er fällt dir... Ja, wo willst du hin? Oh mein Gott, du hattest auch noch eine Traps Ich würd es kürzen, Mann Ihr könnt es auch hatten, Mann Ei, 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 ei Let's go, let's go again Das ist der nächste Runde Eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt eine normale Runde zu zocken Wenn ich jetzt keinen Cheater finden Das würde ich voll langweilig Ist auch noch Cheetah-Content, oder?